noch umgekehrt doch macht ihr da alter wie das packt überhören wenn ein Thema der Nase die blaue Kiste ist verbrannt die verbrannt was für eine Nase wo ist hier die Nase in der Hand ich leg das hier hin beleuchtet bist du grün oder ich bin grün-rot weil das ist Weihnachten also ich hoffe dass ich noch grün-rot bin die soll in die blaue Kiste wenn die jetzt nicht wirklich verbrannt ist die ist verbrannt die stand vor allem im Kamin nein seid ihr bescheuert ja was denn wir räumen hier auf nicht die Stühle verbrennen wir räumen hier nicht die Nase ich verbrenne jetzt die Nase ganze Spielzeug normalerweise müssten wir das ja auch noch ausliefern die Geschenke die noch da sind die armen Kinder die Geschenke nicht kriegen das ist schon tragisch die waren frech die kriegen nix Kinder sind scheiße das war gar nicht der Weihnachtsmann zwei die Kinder die in der Hand die Städte haben Lili ist geflogen aber müssen wir die Geschenke eigentlich wirklich User and your channel Hallo oh da bin ich hier geflogen ja na super so will jemand einen neuen Haarschnitt habt ihr wohl mehr vor wir hatten jetzt Hallo gesagt Lili? was? hast du gerade nochmal Hallo gesagt? das war ich oh gut ich meine das wusste ich natürlich ja natürlich Alter Stefan Alter Stefan das war jetzt ein bisschen ekelhaft ach der hat uns heute schon voll geatmet ist nicht so schlimm was? nein ich hab immer schön alles in Würmchens Aufnahme rein ja oh hier ist ein Zettel Mr. Claus renn, renn ja bestimmt eine meiner Kunden ja das sind Wunschzettel oder Mahnungen oder sonstiges Zeug Mahnung? Rechnung, Mahnung ja Kiste eigentlich also die müsst ihr euch durchlesen ach schade ach man warum ist denn das nicht explodiert? habe ich das Dynamit irgendwo verloren? ach nee hier liegt's heiße so Kiste brennt oh ist das süß mit den Zetteln wenn wir uns jetzt zünden hey ich oh oh was ist mit der Physik los? oh mein das Dynamit ist übrigens jetzt verbrannt also ich zünder jetzt wo ich grad vom Kabinen stand ja ich auch wow du mal meine Leichenteile wieder weg ja aber das Dynamit war gar nicht drin das habe ich verloren das kam bei mir gerade aus der Maschine raus das ist dann ach so ach so ich finde den Fuss irgendwie ekelhaft hey der passt nicht rein weiß nicht ich würde ihn gerne braten äh klick mal links klick links klick dann richtet der sich auf und dann kannst du ihn rein oh 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 hm 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 ah toll hab ich's geschafft meinst du es sinnvoll da schon sauberzumachen wo? saubermachen ist im Prinzip nicht sinnvoll bis alles äh aufs und dann nicht und dann kannst du es immer wieder machen kannst du hier in den Ofen schwingen ich hab oben schon geblieben und hat jemand erwischt? ne doch irgendwelche Leichenteile sind hier rum und kann ich die nicht nehmen? jo und so ist der Raum jetzt hier sauber lass die mir eine Kiste voll hängen ist in dem Raum jetzt noch Zeug was weg muss oder? hey ein Würmchen läuft ja nicht so Blühwürmchen wo bist du? ich muss mal das Würmchen neben dich halten ich hab ne Laterne gefunden hallo das ist die Shotgun? toll das sieht schmackhaft aus das sieht schmackhaft aus geht nicht besser nicht vorwarnen weg 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 nein kein Dynamitinnen die Köchte ja das ist echt langweilig auch mann wo auch was er hat ich habe gestorben er hat trotzdem gut dass niemand zuhört doch wie er schon die ganze Stühle wieder auf den Boden stelle ich mal irgendwo auf den Tisch denn hier hin und was er dort liegt also ich habe jetzt gerade nichts gefunden aber ich klicke mal noch ein bisschen befinden nachher eh noch was im Heu ist echt und jetzt bin ich wieder viel Geld schon gebrochen die Flasche eine Flasche und da liegt mal eine es ist übrigens 20 nach 1 im Norden die hohen Ordnung doch normal und jemand schlafen ja so was schlafen aber es ist ja nicht geschlafen die Hälfte ist dann brauchst du doch jetzt auch nicht mehr schlafen die Hälfte schlafen die Lerde nene nun doch nicht ich habe viel zu voll für bist du doch hier sind ja schon wieder Teile von 11 TNT Deiner meint nicht vor wann Mannes 11 und 25 Ich hab ein Triple Kill Du bist ganz schuld Kriegst du grad das Geweih, Mofi? Ja Warum? Wolltest du das noch? Nö Kannst du aufsetzen Nö, danke Na toll Komm ich durch die Tür Nein, nein, nein Hölle Äh, jetzt ist so ne doofe Kiste drin Bring mal noch ne Kiste mit Äh Ja Oje Hey, jetzt liegen jetzt wieder so viele kleine Teile rum Wo kommen die denn her? Meinst du von Leichenteilen? Ja Ich glaube wenn jemand stirbt dann hinterlassen wir auch Leichenteile Vielleicht ja Na ist ja praktisch Ach, die kann man auch abnehmen Sag mal Lilith, wo bist'n du hin? Bin hier hinten im Eck Wo? Jetzt an der Kiste Oh Hallo? Bist du mich nicht mehr? Ja doch, aber du hast deine pinke Hose nicht mehr an Was? Die Hose nicht mehr an Was? Bitte was? Was? Ja du bist jetzt Du bist jetzt rot-gelb Nein, nein, nein Doch Wieso bin ich rot-gelb? Ein Tampon-Belots, oder was? Auf jeden Fall erkennt man dich nicht mehr Nein Das ist böse Ich bin meine pinken Hose wieder Alter, was ist denn in deiner Kiste los? Der Hose Sie wackelt ein bisschen Moment, Moment Bist du vorbeigekommen? Bist du vorbeigekommen? Ich glaube ich verliere grad die Hälfte Das ist das witzige, weil das fragt nach Oh mein Gott Da ist doch alles drin Was ist mit der Kiste los? Ich bin mal aus dem Weg gegangen Ach du Scheiße Da ist Party drin Die Elfen sind noch nicht ganz tot Boah Alter wie das backt Yeah, das muss Oh mein Gott, wir haben ja auch noch Läuft mal einen Eimer Also hier hinten ist sauber Wie hier hinten kommt die Nicht mehr lange In dem kleinen Raum oder was? Ich verteidige den mit meinem Wisch Celine macht ja den Body gerade Den Türsteher Du hast den Eimer vergessen Ich habe gerade ein Würmchen ins Feuer geschmissen. Das Opfer ist erbracht worden. Ja. Backt der genauso rum? Gibt's noch nicht. Also die Lampe lebt auch noch. Wow. Hilfe. Lilith? Ja? Kannst du die Kiste hochnehmen? Die ist zu schwer geworden. Bist du zu blöd dazu, oder wie? Ich glaube, die Kiste ist zu blöd. Mach mal. Ich bese auf die Kiste. Alter. Was geht jetzt? Ich will den Eimer mit hochnehmen. Watt? Oh, Eimer. Ja, natürlich. Was ist die Kiste? Wie kommt man denn eigentlich in die Flecken an der Decke? Na. Dafür müssen wir halt die Stühle stapeln, oder die Geschenke, oder was auch so. Nee, oder? Ja, deswegen werfen wir mal nicht die Geschenke weg. Jedenfalls nicht alle. Sag das nicht, wir alle weggeschmissen. Vor allem nicht die Stühle weg. Ey, die Stühle habe ich jetzt auch gestellt, die Geschenke habe ich jetzt mal weggemorgen. Die Frage, was es besser geht. Ich glaube, die Stühle sind besser. Wieso bin ich jetzt tot? Weil das passt. Lötchen, halt übereinander. Lötchen, halt übereinander. Ja. Auch schön immer das Heu putzen. Das Heu putzen doch nicht. Ja, und die schwarzen Flecken auch weg. Was schwarze Flecken? Ähm, wenn was explodiert und so. Ach so, was meinst du? Ja, aber nicht hier unten, dass ich was übersehen hätte. Mach, ich habe doch vorher Molotow-Kuckel geworfen. Aber ich habe hier über... Wir sollten nochmal nachgucken. Zu mir sagst du, ich mache Flecken. Guck mal auf den Boden. Ja, ja, ich... Wer putzt den... Wer versucht den Dach vor dem Ofen zu putzen? Ich bin nicht vor dem Ofen. Das bringt nichts, das wird wieder Dreck. Ich spiele es uns ja das nächste Dynamik. Ja. Oh, da ist noch ein Ding. Ja, ja, die werfe ich gleich in den Eimer. Die Hülse und hier ist auch noch so ein Pfeil. Aber erst das Wasser dreckig machen, und dann kann man das in den Eimer rein. Ja, ja, jetzt ist es dreckig. Gut. Dann nützt den hier rein und... Hast du? Da Tür rein. Ja, dann haben wir hier unten fertig. Naja, wenn... Äh, toll. Hab ich jetzt die... Toll, jetzt hast du wieder alles dreckig. Ja, ich mag schon wieder. Immer mich! Immer mich! Warum putzt ihr denn schon den großen Raum? Alle hier drin ist ja richtig ordentlich. Wow. Warum habe ich das jetzt überlebt? Als Klemmert ging das nicht ein. Geh du zuerst. Den hier hinten im Raum und habt ihr überlebt? Ja, das ist ja eigentlich das Teil hier. Welches Teil? Die Nase. Ja, toll. Hat jemand rausgefunden, wie man hinter die Tische kommt? Ja, du kannst auf die Tische springen und dann... Da ist so ein Stock hinter. Ja, ich hab den gesehen. Guck mal, du nützt den Stuhl. Was ist denn? Du nützt den Stuhl. Und dann springst du auf den Tisch. Und dann kriegst du es? Okay. Äh. Ja, ich glaube ich... Jetzt habe ich es. Oder? Ach, den Zuckerstammel. Jetzt habe ich es. Es geht ja schon voran hier. Das ist ja gruselig. Man könnte meinen, wir können was. Man könnte meinen. Wie sieht es denn da unten aus? Ist das sauber? Da ist es schon sauber. Oh ja, ich sehe es. Cool. Erstmal alles umknocken. Na, Paul. Er läuft bei mir und so. Ich sehe es. Ich sehe es. Ich sehe es. Ich sehe es. aber dann merkst du wohl kann man die Türen schließen? weiß nicht wär nice ne? ja, aber ne dann trinken auch mal Geschenke in die Sendung wo geht jetzt irgendjemand wieder runter? wo? ach scheiße mach mal den Tisch noch sauber what? direkt da nicht durch dieses rosa Papel ah ja, das ist nicht blöd was? ah, vielleicht haben wir beide dran gezogen ne, wo ich gesagt hab, doch ihnen mal das geht, dann hab ich nicht mehr gezogen das hab ich gar nicht gehört das sieht man mal wieder wie der mir zuhört ja ja ganz toll zu wie aber ich bin ja schon gewohnt dass man da zuhört nooo hast du gesagt? schild mobbing vom feinem Tier fett mit allemal nirgends ein Molotow Cocktail ja hochzus Dynamik alter ich hab was in der Hand toll ich weiß aber es ist zu nice wir kommen nicht, wenn ich das Loch in der hallo darf ich mal aufhören hier zu randalieren? hallo, darf ich hier mal weg? danke seid doch alle blöden es ist so schön es ist so schön es ist so schön wenn der mit dem Kohl da fliegt sie, fliegt sie ja ich fliege hier gar nicht, da fliege ich hier oh ganz toll ich hab Anki aufm Geschenk nicht im Geschenk? wär noch besser ne, aufm ne, im Moment bin ich aufm Geschenk ich trag dich eh Moment, Moment du mitsch bleib oh das sieht cool aus wir sind hier aufs Weg wir sind jetzt mit ins Feuer oder was? ja so, jetzt können sie laufen durchkommen ey, das geht nicht warte, warte, Tori selbstständig scheiße das geht leider nicht Moment Moment da ne was macht ihr da? ich geh mal kurz rein von mir macht ihr da wieder heißes Spielchen oder was? die schubst mich hier einmal quer durch den Raum oh ja dann will ich dann will ich auch im Relife mal machen hast du mir was? äh, bitte was? ups jetzt hab ich... nein oh hatte ich grad das probier ich an Weihnachten mal aus klappt bestimmt ja uiuiuiuiui aber ich muss sagen es wird ja, so langsam, ne? so langsam wird's ja das... warum putzt ihr hier den Raum? das hat Spaß können dann müssen wir euch alles nur an der 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 die putzt nicht hier vor der Maschine es macht so keinen Sinn das sind halt sind halt da ja, also ja, Männer die wissen einfach nie wie man putzt ja machen wir auch nicht wir können uns auch einfacher hinstellen weißt du weißt du achso ja, Entschuldigung wir wissen das nicht wir wissen das nicht wieso kann ich eigentlich nichts mehr aufnehmen? es kann sein, dass du das nicht aufnehmen kannst, wenn's verbuggt ist ich hatte vorhin auch was, was rumliegt, das gar nicht mehr da rumliegt wie liegt zum Beispiel so ein Arm? ah doch, ne der geht noch wir sollten uns eigentlich so ne Kiste holen eigentlich ja und warum putzt ihr um die Kiste rum? ihr wisst, dass da auch Leichenteile rauskommen können 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 Leute, erst alles aufheben, dann wissen können wissen aber nicht die checken das nicht ne ne, irgendwie nicht wischi wischi machen weil wir haben echt schon so, wir haben so einen Gang hier, wo es noch gut verschwindet ach, ey ja, den Gang würde ich auch nicht wischen also, das würde echt gar nichts bringen hier, das hier zu wischen achso, du meinst jetzt den Gang auf dem großen Raum ja genau, der Rest ist halt schon sauber na gut, der sind schon wieder vereint ja, aber wenn jetzt Dynamit rauskommt, dass... ne Pistole hab ich gefunden ich hatte übrigens eben ne Shotgun, nur mal so zur Info wo? Spielzeug-Shotgun oder? ja, eben ne Spielzeug-Shotgun hatte ich vorhin auch, das hat mich so zu schief hinaus gelobt ne, ich auch ich hab schon jedes Spielzeugteil oh wendet ja, die Kiste ist ja nicht verpackt Alter, wie das Blüsterraum rumbacken ist hier ja hab das eigentlich nicht schief, ne? weiß ich nicht bestimmt nicht ich kann die Tiste nicht aufstellen, also irgendwie will die nicht ähm, Linksklick also hochnehmen und dann nochmal Linksklick oh ich hab sogar stagen jetzt ich hab ihn ja Luftschläge gebraucht wow